Oh, auf geht's. Oh Gott. Dafür brauche ich deine Hilfe. Ich bin weder Künstlerin noch Poetin, Aristophanes. Heil den Göttern, nein! Aber Tespis, mein bester Mann wird vermisst. Ohne ihn ist mein Meisterwerk nur ein Stück. Woher willst du das wissen? Er verpasst niemals eine Probe, außer er ist betrunken. Oder bei einer Frau. Oder einem Mann. Könnte Zufall sein, oder? Nein, er weiß, wie wichtig das ist. Er lässt mich nicht hängen. Da stimmt etwas nicht. Er sorgt ja einen anderen Schauspieler. Oh nein, nein! Tespis lockt immer ein großes Publikum zu seinen Vorstellungen. Je mehr Menschen meine bissige Karikatur des Cleon mitbekommen, desto besser. Wo würde ich ihn finden? Tespis entfernt sich nur selten weit von zu Hause. Fang doch am besten dort an. Das dauert nicht lange. Bereite alles vor. Ich komme zurück, sobald ich ihn gefunden habe. Ja. So. Tespis lebt in Attica. Attica, nördlichen Teil Groß-Athens und weit der Agora. Groß-Athen. Wo war denn hier die Agora? Unweit der Agora. Waffenlager. Waffenlager. Dann mache ich das so. Das höre ich auch. Das höre ich gerade. Wir haben ein bisschen doof, dass da keine... Achso, ich habe vergessen. Agora. Das könnte... Ich muss mich verstecken. Göttin des Krieges und der Weißen. Und der Weißen. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Ah, das war also gerade nicht ganz so eine sinnvolle Idee. Ey, jetzt wüsste du, wo die Agora ist. Ein deutlicher Teil der Agora. Hallöchen, wir sind auf dem Markt. Ich muss gerade mal gucken. In Attica. Großer Athen, nördlichen Teil. Unweit der Agora. Das ist, ich... Da habe ich immer dieses Mega-Problem. Agora. Wo ist die Agora? Oder was bedeutet Agora? Ich merke mir das immer nicht. Nördlich der Agora. Wir haben es... Also doch, das habe ich so... Also habe ich doch ganz gut getippt, dass das immer dieses Marktgelände ist. Hier laufen zum Glück gerade nicht viele Wachen rum. Guck, guck. Du siehst nicht aus wie ein Schauspieler. Außer du spielst eine Stadtwache. Ich... Ich... Schweig. Ich werde dir ein paar Fragen stellen und du wirst sie beantworten. Aber Befehlzhaber Rexenor... Wie heißt du? Bulis. Nun, Bulis. Es liegt an dir, ob du hier lebend rauskommst. Hast du verstanden? Ja. Raus damit. Wonach hast du gesucht? Irgendein Stück. Mir sagt doch eh keiner was. Ein Stück? Ich tue nur, was man mir sagt. Und sie sagten, vernichte das Manuskript. Was hast du mit Tespis gemacht? Ein paar der Jungs sollten ihn in der Taverne die Straße runter betrunken machen. Du solltest mir besser nichts verschweigen. Ich weiß nur, dass sie den Typen beschäftigen sollen. Sieh doch selbst nach in der Taverne. Und das war alles? Ich befolge doch nur meine Befehle. Ich stelle keine Fragen. Verschwinde von hier und schätze dich glücklich. Danke. Danke. Ob das so sinnvoll war. Ob das gerade so sinnvoll war. Dass ich den habe laufen lassen. In der Hoffnung, dass der nicht mit seinen 300 Kumpels da gefühlt, also gefühlt 300 Kumpels. Ich glaube, er hatte genug. Und was geht dich das an, Mädchen? Ja, was geht dich das? Oh, sieh mal an. Du solltest jetzt gehen. Sein Arbeitgeber schickt mich. Aristophanes. Und? Er ist nicht auf Arbeit. Ja, nicht auf Arbeit. Aber ich mag ihn. Aristophanes. Lustiger Kerl. Heftige Ansichten. Geradezu gefährlich. Ja, das sind sie. Ich brauche ihn nüchtern und ausgeruht. Ich glaube, du verstehst nicht richtig. Befehlshaber Rexenor hat befohlen, dass er hier bleibt. Ich sag, ich bleibe. Ich will keinen Ärger. Ach, komm schon. Geht woanders spielen. Das wirst du bereuen. Verschwinde. Dem Geruch nach wisst ihr ja, wo die Ziegenställe sind. Ihr werdet bestimmt schon vermisst. Mäh. Ha, 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 ha. Ich fühle mich nicht so gut. Ich fühle mich nicht so gut. Ich fühle mich nicht so gut. Wow. Was ist das für ein Ding, Alter? Oh oh. Alter. Alter. Ich mach kurz einen Prozess mit dir. Alter. Okay, nein. Ja. Oh Gott, Gott. Was ist das für ein Ding? Gut. Oh Gott. 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 Das war's für heute. Alter. Boah. Boah. Ja, plötzlich kommt da noch ein Bär und noch drei und... Oh ja, sehr schön. Und daran sehe ich schon mal wieder, ich komme nicht mit der Technik klar. Aber... Das ist nicht gut. Vor allem habe ich irgendeine Taste nicht belegt, die belegt sein sollte. Dann will ich gleich nochmal nachkontrollieren. So. Fähigkeiten. Wir haben hier... Ares, Heilung, Zeit und... Überrennen. Und dann haben wir hier... Haben wir... Ihr Prügeln. Also, Heldenschlag. Dieses komische... Ich... Da muss ich mich noch nicht dran gewöhnen. Ringendes Chaos. Und... Blut... Zorn der Blutlinie. Jetzt möchte ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ist aber nicht nett von euch. Ich glaube, er hatte genug. Jo. Und was geht dich das an, Mädchen? Ja, was geht dich das? Wird das irgendwie abbrechen? Sein Arbeitgeber schickt mich. Aristophanes. Und? Er ist nicht auf Arbeit. Ja. Nicht auf Arbeit. Aber ich mag ihn. Aristophanes. Lustiger Kerl. Heftige Ansichten. Geradezu gefährlich. Ja, das sind sie. Ich brauche ihn nüchtern und ausgeruht. Ich glaube, du verstehst nicht richtig. Befehlshaber Rexhenor hat befohlen, dass er hier bleibt. Ich sag, ich bleibe. Ich will keinen Ärger. Ach, komm schon. Geht woanders spielen. Das wirst du bereuen. Verschwinde. Dem Geruch nach wisst ihr ja, wo die Ziegenställe sind. Ihr werdet bestimmt schon vermisst. Mäh. Mäh. Das will ich schon wieder. Ich fühle mich nicht so gut. Mäh. Fertig, los. Ich gebe erst Ruhe, wenn du tot bist. Ich kann meinen Augen nicht trauen. 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 Du bist vollkommen sicher, hat er gesagt. Oh, oh, nee, nee. Okay. Okay. Ich fragte ihm, Cleon bringt uns um. Es ist mehr Anklage als Satire. Der Wurzverkäufer war meine Idee. Dann werde ich... Dann werde ich... Danke? Aber weiter darfst du nicht gehen. Denn ich kenne Ware, Liebe. Ich will nur, dass du morgen auftreten kannst. Natürlich. Und ich will nur meine Muse. Meine Liebe. Ich kann... Ich trete nicht auf ohne sie. Du wirst auftreten. Nicht ohne Ekaterin. Ein göttlicher Name. Für ein göttliches Gestell. Ich meine, Geschöpf. Diese Männer in der Taverne. Wer waren die? Oh, die Bewunderer? Habenlos, ehrlich. Und ich mag Männer im Uniform. Du musst jetzt ausnüchtern. Das Stück ist sehr wichtig. Ekaterin auch. Ohne meine Muse geht es nicht. Bitte. Sie ist westlich von hier im Haus der Aphrodite. Wenn das heißt, dass du dann auftrittst, finde ich deine Muse. Manchmal frage ich mich, ob es richtig war, Kefalinia zu verlassen. So. Na ja, so ist das nicht. Geht doch. Geht doch. War mal der ehwigen Flamme haben wir jetzt? Okay. Okay. Den Hammer der ehwigen Flamme haben wir jetzt. Weiß auch nicht, ob ich den gebrauchen kann, aber ab ihm. Dooh. Mal gleich mal gucken. Aber wir können auch doch hier alle Kopfgelder bezahlen. Können wir eine Stufe machen. Und beim Inventar können wir mal wieder... Hier die... So. Also hier haben wir... Attentats, Schaden bei Tieren, Krieger, Feuerschaden. Waffenschaden, Würze, Feuerschaden. Jo. So. Jo. Und ich habe eine Fähigkeit. Jetzt wäre natürlich die Frage, was wäre sinnvoll, ne? Sechster Sinn, Giftmischer, verschwinden. Ne, das bringt mir alles nichts. Was haben wir hier? Fächerschutz. Na ja, komm. Dann können wir nämlich noch alle Dings... Jo. Dann muss ich irgendwann mal die Schüsse alle aufbauen. Und ich muss mich jetzt nur noch dran gewöhnen mit dem Umschalten zwischen den... Den Teilen hier. Aber der Ring, der Tritt... Ah, ja, ja. Krieg ich schon hin. Gut. Schnell noch speichern. Dann passt das wieder. Ja.